Herzlich Willkommen bei S21-Bau-TV. Eine normale Armierungswand, aber warum halte ich so drauf? Das ist nämlich das Stück in BA-18, das noch gefehlt hat oder noch fehlt, das man noch nicht bauen konnte, um rechts die Schalung für die Zugangstunnel Süd BA-19 zu machen. Die sind ja jetzt fertig, haben wir ja berichtet, also hier geht es an die Wand ran. Und für mich sieht die schon sehr gut fertig armiert aus, also wird wohl demnächst die Schalung rankommen und betoniert. Dann ist diese Lücke auch geschlossen. Und das ist die Seite im Schlossgarten, verständlich, wenn wir hier stehen. Und die Seite zur Innenstadt ist nicht einsehbar von hier. Aber falls demnächst der alte Steg wieder in Betrieb genommen wird, dann können wir das auch direkt angucken. Und die Vorbereitungen für den Steg laufen. Wir haben ja berichtet, dass hier das Widerlager aufgebaut wurde. Und mittlerweile sind die Verfüllarbeiten für den Fuß- und Radweg auch in vollem Gange. Und das, was wir hier sehen, wird dann auf BA-19 gelegt. Und zwar schätze ich mal dort an der Ecke, beziehungsweise hier in diesem Bereich. Das wird sich noch zeigen, wo genau. Vielleicht auch ein bisschen weiter links hier, dass es so eine schöne Kurve gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass man hier vorbeigeht. Rechts sind dann die beiden Zugangsschächte zum Nesenbach-Düker. Und dass man links an denen vorbeiläuft. Und dann hier direkt auf den Fernland-Leitnersteg kommt. Ja, der eine Schacht hier rechts sieht vollständig aus. Nur noch Deckel drauf und dann ist gut. Das ist ja auch sehr schön über die Webcam zu beobachten. Und zwar über diese hier. Und jetzt noch gewagte Überquerung des Radwegs. Trotz Schutzweste lebensgefährlich. Und ich würde mal sagen, Zugangsbereich ist fertig. Auch hier ist jetzt betoniert. Zugangsbereich bedeutet, hier ist eine Schräge für den Nesenbach-Kanal, um auf den Nesenbach-Düker zu kommen. Und ich würde sagen, hier ist eine Schipf, wenn ich sch approved. Ich würde bitte nebenbei. Vielen Dank. Kaffee WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist ein guter Beruf. Yes. Vielen Dank. Aber eine Zeit, was kommt oben, wo ist dieser Sand? Wo ist dieser Sand? Wofür? Ja. Der Weg hier. Kommt da rüber. Ah, okay. So. Leute, bleibt mal kurz dran. 2 Jahre. 5 Jahre. Aber termin, ich habe hier zum Beispiel für 20.020 Jahre. 25 Jahre. 25 Jahre. Ja. Ja. Viele Leute arbeiten. Auch hier. Ich bin Schloss. 25 Jahre. Ich muss sagen. Ich muss sagen. Ah ja. Okay, alle liegen. Ich bin erlaubt. Mein Video. Auf YouTube. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Sie sind jetzt ein bisschen mit drauf. Die Kamera läuft. Ah! Ah! Aber ist okay, oder? Ja. Ja. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Ciao. Ciao. So Leute, jetzt musste ich ein bisschen aus dem Rucksack eine Visitenkarte kramen. Ich hoffe, es hat nicht so sehr geruckelt. Danke. 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 ganz schön. Danke. 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 ths Also von der Webcam sieht die Armierungsphase abgeschlossen aus. Ich bin gespannt, ob es ab morgen die ersten Schalungen gibt. Und dann dauert es nicht mehr lang und K5 ist komplett fertig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.